Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge, äh, einem neuen Part Ferraria. Die Kamera ist gerade ein bisschen scheiße hier, denn ihr müsst wissen, ich bin krank. Ich hoffe ihr seht so, alles, so, dann machen wir das noch, oh sorry, oh Katze, ah, übrigens ich kann mir mal meine Katze zeigen, Maya, hey, miet, 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 was ist sie? Wie ihr schon wisst, heißt Maya, habt ihr gerade fresh erfahren? Ich hoffe, ihr könnt nicht alles sehen. So, sorry, jetzt wirft alles, nun geht alles. So, damit ihr es noch gut habt, so, jetzt könnt ihr bestimmt noch besser sehen, glaube ich. So, ey, die Woll ist ab. So, perfekte Lage, würde ich mal sagen. So, shit, voll langes Intro, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall legen wir nun endlich los mit Terraria. Ich tschuldige dieses Spiel, wenn jetzt ein Update kommt. So, drücken Sie Start. So, und ich werde jetzt etwas tun. Ich werde in diese Tour alle meine Sachen reinlegen. Ja, ihr habt richtig gesagt. Ja, ihr habt richtig gesagt. Und das. So, vielleicht können sich einige schon denken, was ich jetzt vorhabe. Ich bringe. Alles, was wir nicht brauchen oder nicht mehr brauchen. Ich bringe ich weg. Ich bringe ich weg. Ich bringe ich weg. So, jetzt sind wir sozusagen ganz nackt. Aber jetzt gehen wir ins Hauptmenü. Tschüss. Tschüss. Dann erstellen wir einen neuen Grabdach. Dann. Okay. Ich bringe ich weg. So, ich bin jetzt bereit. Ich bringe ich weg. Ich bin jetzt bereit. Das ist ein Evan. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020